Ich bin ja einer von euch, hab mich angeschossen, Alter. Bei mir war es von euch, Leute. Alter. Wir sind oben draußen. Dieser fucking Angriff von dem, ey, der gefressort macht. Sack! Hm? Der gefressort. Ich muss hier, äh, heal, bitte. Mann, Alter, ich bin fast down, hier ist kein heal drin. Noch einen Shot von dem Huren, ich sorge, ey. Nimm mal ein medkit einfach. Ja, du bist nicht ein Jude, du kennst mich doch. Ich werde raus. Oh, hier draußen ist ein medkit-Zombie. Er hat mich angegriffen, ich hab ihn gelegt und jetzt bin ich fouled. Easy. Ich glaube, hier draußen sind Zombies getriggert. Schnell killen und banischen. Ach, sind einfach nur Zombies getriggert. Ich glaub, das war wegen mir noch. Ich nehm alles zurück. Ich platziere Draht. Oh, man. Oh, man. Ich nehm's auch einfach gar nicht mehr ernst. Habt ihr geschossen? Hallo? Habt ihr geschossen? Nein. Donny hat geschossen, oder? Ich hab nicht geschossen. Ja, dann hat einer geschossen auf uns. Nicht drücken Südosten. Ja, ist richtig. Bitte alle reinkommen. Ich mach hier unten zu, ich leg hier Stachelblatt hin. Also hier unten die, oh ne, ich muss das wegmachen, das ist scheiße hier. Da läuft einer von euch durch, das freu sich. Hab ihn, auf dem Dach, hab ihn gelegt, wollen wir pushen? Oder wollen wir uns, weißt du, die stellen den wieder und dann geht's wieder von vorne los. Er liegt halt, er liegt halt auf dem Dach. Das hier? Da oben drauf lag er, ja. Vorsicht, ich denke das ist ne... Hä? Ich glaub das ist ne Chaosbombe. Das ist kein Hunter. Was machen wir, pushen wir ran oder was? Da rechts gerannt hier. Hä? Was? Hä? Was? Gegen was habt ihr da gespielt? Ah ja, gegen Hunter. Ich weiß nicht wo du rumpimmelst. Nein, gegen... Nein, was? Winchester. Was die geschossen haben, Mann. Das war ein Spiel. 44 Meter Springfield Deckenschutz. Rechts unten, rechts unten, Matthias. Hinter der Mauer. Da ja. Auf dem Dach wieder. Auf dem fucking Dach. Hinter dir. Ja, ich weiß. Da bin ich doch. Was dumm, was dumm, was dumm? Noch mehr. Paul und Johnny, geh links rum. Chottah. Ach man, scheiße. Das ist mir richtig misslungen, ey. Oh boy. Das habe ich auch noch nicht schlechter gemacht, glaube ich. Oh, fuck it. Oh, fuck it. um ab 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 sie Es sind drei und hier sind noch welche. Vielleicht von dir hinter dir ist eine Tür Matthias, da kann es auch nicht sein. Links von dir ist. Noch brennst du nicht hin, weißt du noch? Chill ich meine Base ein bisschen. Wenn du die Bounty aufhebst, weißt du wo die sind heute. Just saying. Die Bounty aufhebst. Einer ist zu. Kondi, halt dich mal. Hab nächstes. Da ist kein Doppel aus dem Bug. Wo bist du? Unter mir, ok komm ich halt dich. Komm ich hab da noch was. Halt und halt. Die schießen jetzt auf sich. Wir müssen uns ja eigentlich nur leise verhalten, wobei die sehen uns ja wegen Bounty und so ne. Ja dann geht aber zumindest hoch. Ja auf jeden Fall hoch. Und die gehen oben durch die Bounty. Ja auf jeden Fall hoch. Die liegt hier unten drin. Indurch ist noch die Tür zum Balkon ne. Unter euch. Mhm. Egalhaft. Ich bin rein da. Ist egal, ich hab nur Crab dabei. Ich bin rein. 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 Ja wir können die aber auch einfach selber töten lassen. Eben. Tun die was arscht. Es sind 3 hier und 2 3 im Block ist Der Hände ist halt bald weg Medik Matthias Hm? Ich hab kein Medik Der von denen ist einer down Hm Sind wir noch da wo sie waren? Mann ey Healer wäre halt geil Die sind direkt hier links Ich hab Zugbeheirat Ich hab mich wohl gehabt Oh Oh Hier ist noch eine Bounty Kann ich nicht gebrauchen Vor dem Zug Oh Ich bin schon wieder getroffen Vor dem Zug Oh Ah fuck Da hinten Einer ist hier noch Wenn wir die haben Das wäre schon mal die halbe Miete Was mit dem vom Zug? Der ist noch da Oh Vor dem Zug sind 2 Hier drin ist noch einer Scheiiiiss Das gibt's doch nicht ey Hier drin ist noch einer Genau vor dir jetzt Sind noch auf dem Dach Sind noch auf dem Dach Hier sind 2 2 Matthias Wer liegt denn? Wer liegt denn von euch? 2 Matthias Brrrr, Trino Ich geh jetzt hoch zu denen und fick die, Mann Ja da, Mann Habe einen Hat er den geholt, Matthias? Nee Der ist hier draußen Schöne, ich geh mal auf deine Leiche und guck mal, ob du Steps hast Auf dem Dach einer, kannst du die Bounty holen, dann kannst du Vision Wo hast denn du den anderen gelegt? Auf dem Dach Ich müsste mal looten, okay, auf dem Dach, alles klar Okay, da liegt auch noch der andere, nice Drüben sehe ich zwei, oh Oh, hier drüben aus dem Haus ist einer Oh, da meine Bälle ist weg Draußen in dem Haus, weißt du? Andere außerhalb, weißt du wo ich mein? Da wo die Kasse oben auf dem Balkon sein kann Mhm Mhm Okay Und ein push was dann von vorne Ich bin hier more or less Ich bin noch ein bisschen sehr gehypt gerade Einer ist hier Hat ne Hitte, war leider nur mit ner scheiß kalt Ich kotzt mich richtig an Ich war mal ne Waffe Ich war mal ne Waffe Oh Henning, da im Fenster kannst du ihn manchmal sehen Ho links raus Das ist die Ho die mich getötet Willkommen Du hast keine Vision mehr ne? Ne ne nix mehr leider Und ich hab auch kein Lebelle mehr Also ich bin richtig nutzlos mit meiner Conversion Pixel hier Oh halt, da war sie gerade kurz zu sehen Bilde ich mir ein Scheiße, kotzt mich richtig an mit meiner Waffe Einfach weg Ausgebrannter Jäger Was? Oh Oh Wow Hast du nen Head gekriegt? Ne Ne Der hat mich nicht getroffen War wahrscheinlich selber überrascht mich da zu sehen Nach zwei Sekunden, ich weiß ob ich nochmal gucken soll Hm, aber ich müsste schon Der hier oben hat glaube ich Was hat er hier? Der hat eine Springfield Heckgeschütze Hm Nackern Nackern Offizier-Karabine Nackern Offizier-Karabine Ok Im Süden einer und im Norden einer Ja Oh schade Alex sitzt Schön rein Das ist das Geländer Ah shit der ist in der Good Job Zehn net Hier im weißen Haus ist einer auf jeden Fall Ja hier unten auf dem Zaun ist irgendwo noch einer Ich bin grad noch abgetaucht bevor er mich gelegt hat Ich seh ihn nicht Ich denk mit dem Zug oder wahrscheinlich I don't know Oh ja Oh ja Einer down Nice Hol den Johnny Hol den Johnny Der Ando ist im Bound Hier runter Hier runter Oha Biest Danke Hier Du nimm die Bounty bitte man Du musst was sehen können Was ist da an der Ecke Der letzte Was echt? Hier ist noch einer Ja ja Einer ist hier noch Der war hier Ich hab zweimal gehittet Der muss sich definitiv gehitt haben Ja Das sind doch noch mehr Johnny nimm mal die Bounty und guck mal bitte Das ist nur noch der Da Shit Bitte net Wir haben locker Wir haben locker 15 Kills glaub ich diese Runde Bitte net nerven Was wir hier gelegt haben Alter das ist unreal Ohne Scheiß Hier genau Kannst du nochmal pingen? Ja da Genau hinter dem auch Ich hab nur 50 AP Ich kann nicht drangehen Sorry Ja ich bin voll bitte Mach ich mach ich chill Geht zusammen Los der ist low Der ist low Push den Ich hör nicht Jawoll hol mich Danke Henning Danke Henning Und sorry dass ich mit 50 AP zu dir sag push den Ich wusste nicht dass ihr beide ultimativ down wart Sorry 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 Ups Ich war 4x ich war 3x down alter Nice Jungs alter Ey das war also das War mit Abstand die krasseste Runde die ich hier gespielt hab Ach du Scheiße Das war ja völlig unreal Das war intensz alter Fischer ohne Scheiß das hast du noch nicht gesehen Ach du meine Kacke Ich hab aufm Dach gewechselt in ne Springfield Heckenschütze alter Ich bin jetzt hier die Winnie mit weil ich sonst nix hab Ey Wo sind denn die anderen zwei Wir haben noch eben noch mehr gelegt Über Überall Dach ist einer Überall liegen ihr tote Stimmt aufs Dach muss ich auch noch looten Bitte Henning Halt dich zurück und looten Komm Dach liegen zwei Puh die Scheiße Und Scheiße Das war Warte ich speicher den Rest jetzt auch nochmal Das muss ich nochmal schneiden Unreal Jungs unreal Wir haben halt nichts gemacht Ach ist doch egal Manchmal muss man auch der sein der stirbt Wodurch sich jemand verrät Habe ich alle drei erschossen von dem perfekten Team Ne ich hab den hier unten auf jeden Fall gemacht Aber wir haben erst schon Wir werden es gleich sehen So auf jeden Fall Ach du meine Kacke Warte mal warte mal warte mal Warte mal warte mal Ja ja zwei liegen auf dem Dach Einer direkt am Turm Ja ja Ich kann beide Sicher Die haben beide noch 50 HP Die haben die Jeder von euch hat wie oft gelegen 2-3 mal? 3-3 mal 3-mal 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 Ne Das war so intens Du wusstest nie Wen erwischt es als nächstes Ach man den hab ich noch nicht gelootet Ihr Huren Ich hab doch kein Ich hab doch kein Dings Ja ja nein Ach alles gut Ich bin ja das Ja dann hier den Dann hier den Dann hier den Den? Den? Den hab ich schon hier vorne Aber das war's doch Es sind doch bloß 2 oder? Ja genau Pass auf Dann sind die alle gelootet Stimmt hier sind noch ein paar Reingeklettert Und auch gestorben Habt ihr hier den? Jungs Oh Warte ich klettere hier erstmal Wo runter? Wo? Lass mal bitte das Systematische abgehen Jetzt haben wir die 2 aufm Dach Den einen draußen Ich komm mal Im Haus die 3 die mal vorher gekillt haben Sag mal bitte das sah doch Das sah doch Pama sah es danach aus Ach du Scheiße This one goes sideways Ich hab wirklich nach hart rein gecrimlet Wir haben alle Also auch hier ohne Scheiß Es ist wirklich so Ich hab auch schon Wunden gehabt Da hab ich einfach 10 Minuten gelegen Das hat trotzdem Spaß gemacht Manchmal muss nur einfach Das Granonenfutter sein Wo liegen jetzt noch welche? Vorsicht Falle Oh stimmt Aber das wäre eh nur ein Brandfass Das macht gar nichts Aber danke gutes Auge Also offiziell Hier oben liegt noch einen Den hab ich geholt Oh ja Den hab ich auch schon gelootet Da könnt ihr Oben auf der Treppe Ja Stimmt Wir wollten ja zusammenbleiben Den hab ich schon Den hab ich schon Kaltwell Rival Mann ich will meine Libell-Hackenschütze wieder Fetterlie Ist hier noch einer? Hier ist der Treppe Oder? Wo liegt der? Das sind Vorsicht die Saunefalle Die Saunefalle Die Saunefalle Ähm Aber hier Aber hier Äh 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 Jungs Der Moment vorhin Wo ihr beide gelegen habt Und ich Zwo Mal versucht habe Die umzubringen Und es jedes Mal Nicht geschafft habe Und runtergeschossen war Bis auf 10 AP Wie Das Movement war zumindest Und Point Ja ich bin also Bitte Ich bin wie ein Hase Bin ich davon gerannt Oder? Ich dachte auch Ich wollte mich gar nicht hin Aber ich habe 50 AP Sorry ich hab grad noch Auch geschossen Und zwar Ich war sehr nativ Aber ich hab ja noch 50 AP Das könnte rausgehen nach vorne Oh stimmt Wir müssen echt richtig Aufpassen Dann macht doch die Fässer Einfach die wir sehen Die Fässer Die werden einfach angeschossen Fertig aus Werte Selbst sind sorry Hier nicht noch ein Hunter Hier nicht noch ein Hunter Wo denn? Wo denn? Unten? Stimmt den hab ich gelegt Da bin ich raus gehüpft Ja Einer von euch hat gesagt Vor den Waggons Johnny glaube ich Vor der Vor der Lokomotive im Gang Und ich spring raus Und On Point Genau Den Gang lang gelurrt Und ihn weggefächert Hier sind so viele von der Alter Ich hab doch keinen Geier Warum lootet ihr die alle? Ich hab den nicht gelootet Ich hab den gelootet Ach nein Warte mal Warte mal Ihr müsst noch ein Team sein Ich hab hier Was weiß ich wie viele Leichen Hier rum gehen Es waren drei Teams Ich hab noch nicht den 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 nicht gefunden Den erst den wir erschossen haben Den hab ich noch nicht gesehen Ich hab den noch nicht gefunden Aber das passiert mir auch ständig Dass ich Der Viktor Der ist bald durchgedreht Matthias was für den gelebt Äh Viktor hat keine Ahnung Er war stand da Und ich hab ihn getötet Wie ich Ach Hier kommt mal mit Ihr habt den hier draußen noch nicht gelootet Glaub ich Den der Henning als letztes gelegt hat Den hast du vergessen Euler Den hab ich schon Den hab ich schon Ja? Ja Der draußen noch Der im Busch liegt Ja Der Durch Durch den Busch Durch den Busch erschossen vom Dach Nice Du bist So Da wollen wir aber nur gucken ob die Achso aber Knarre man ich hab echt Ich möchte die lebende behalten Das macht mich richtig böse Was hat denn der hier Der hat ne Ja hier müssen doch irgendwo welche liegen man Kann doch nicht sein Die Zeit haben wir noch 15 minuten Also lange können wir nicht mehr rum Ah ja, aber wir haben den Ausgang direkt über uns. Die drei, die wir schon gelootet haben, in dem Bahnhof drinnen, die gibt es schon auch noch. Warte mal, ich komme mal her. Kommt mal bitte, auch vielleicht könnt ihr sie sehen. Vielleicht kann ich so nehmen. Dann kann ich bei so einem anderen Hunter wieder ablegen. Und ich kann die jetzt ja auch nicht nehmen, diese... Ich weiß nicht, ob die eine Begrenzung drin haben, wie oft man Waffen tauschen kann, damit so ein Kampf vielleicht nicht ins Unende so geht. Nee, der hat den Karabiner gehabt von Anfang an. Der Typ da? Ja, ja. Ich weiß aber, ich hatte ihn schon mal, habe ihm den zurückgegeben und jetzt kann ich noch nicht mal mehr auswählen, dass ich den gerne nehmen würde. Was ist das denn? Ist das ein Bug? Das gibt's doch nicht. So, was ist das hier? Die Windfield Schalldämpfer. Windfield Schalldämpfer, alter. So, und der nächste war hier vorne an der Ecke. Ich hab ne... Ich geh mit ner, äh, LeBelle Heckenschütze rein und geh mit ner Windfield raus. Oh, sch. Der Pisser. Schon richtig schlecht. Die waren aber auch schlecht bewahrt. Die waren aber auch schlecht bewahrt. Das brauchen sie sollen. Der, der hat nur wenige Fächer an dem hier. Oh, stimmt. Oh, Junge. Er hat das eine Magazin komplett auf mich reingeschossen. Und ich bin eigentlich gerannt wie ein Hase. Links-Rechts-Kombination. Backflip. Junge. Junge, Junge. Da hab ich auch drei Flips. Ich got the move. Ich got the move. Ja, genau. Das sagen die sich jetzt. Der hat ja die Woos. Endlich bin ich auch mal so einer. Ne. Ne, ich find hier nix. Ich find hier meine besseren Waffen, die ich jetzt mit ner Winnie raus, nachdem ich mitten an LeBelle Heckenschütze rein bin, das ist einfach... Du musst endlich mal was anderes spielen auseinander LeBelle. Ja, ich war hier. Ich hab grad eben geregelt mit anderen Waffen. Also die... Oh, Junge, Junge. Weißt du, du bist in so ner Komfortzone. Ich hab ne LeBelle. Ich hab ne... Na, ganz silencer. Und alles andere ist mir scheißegal. Meine Fresse. Nimm mal ne... ne Schaufel und hau einem übers Hirn. Einfach mal so aus Jux. Ja, aber guck mal, ich hab ja auch ne Mission. Also ich hab ja die... Ich wollte ja meine KD-Höler kriegen und jetzt krieg ich ein schlecht höher, in dem ich rumpimmel und ich meine, die besten Überlebenschancen hab ich natürlich mit meinen Lieblingswaffen, klar. Ähm... Aber ja. Also... Mit der Winnie... Weißt du, weißt du was ich zu KD sage? Mit der Winnie bräuchte ich wenigstens mal ausredeln. Was'n da? Weißt du was ich zu KD sage? Scheißegal. Wenn ihr ein... Wenn ihr die Mö seht, bitte Kopfschuss. Immo, bitte Kopfschuss. Aber du weißt ja auch ganze Zeit... Du weißt ja wie ich spiele. Mir ist das egal, ich hab Spaß dran. Und wenn ich einen mit ner... mit ner... dicken... Heugabelblatt mach mal hier mein... Heugabelblatt... Ja he, das war eben... Also... Hey Johnny, komm mal wieder her. Ich bin da. Nee, lass den... Ja, beide müssen kommen. Oh, hier ist noch ein dicker. Das hätt ich doch. So, noch ein Hunter gelegt. Wie? Ach so, den dicken. Ja, ja. Denk an die Fässer, nicht das wir hier noch... Oh, jetzt kann ich nicht mehr extracten. Schau mal. 100 dollars. Und du kannst noch Johnny, ja? Kommst du her? Kim. Ich, Kim. Ich, Kim. Ich, Kim. Gas. Was kann ich machen? Gas. Ich bin da was dazu. Die haben mich aber auch surprised da, dieses... Diese zwei Jumpscares da war ich. Äh... Kassel? Warst du schon? Ne? Johnny, komm, geh lang, Kassel. Wo willst du hin, Henning? Da geht's nicht raus. Ich weiß. Ist ja noch ein dicker. Ja. Ne, aber zwar heiß. Ich spiel kann ein bisschen mit der... Ja, das... Das Spiel backt bei mir aber grad so rum. Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich auf Map... Wenn ich auf Map drücke, dann dauert das manchmal. Und das Spiel hakelt wie scheiße. Abfahrt, 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 Abfahrt. Das ist garantiert kurz vor... Und die Runde will ich nicht... Die Runde will ich nicht mit Nicht-Extracten beenden. Jungs, wir wurden gesandwiched von zwei Teams. Sonst wir haben's gelöst. Ist das geil, ey. Absolut geil. Er ist bestimmt Level 50 jetzt. Ich hab noch ne schwache Gegengift. Ja, ach so. Ich bin mal gespannt, ob da vielleicht auch jemand... Weil die waren auch... Also... Die waren nicht schlecht. Die haben sich gut verhalten. Die haben sich gut verhalten. Die sind viel klüger als... Äh... Als ich weiß. Damit ähm... Auch mal... Auch mal zurückbleiben. Mal lieber... Was ist das? Alter. Afto. Ja, Autos. Die abgeht das Ding. Die waren, die ham echt net... ... netverkehrt mit Ge fotografieren. Wir waren zu tödlich. Ach so, da ist der Oskar ... Ohohohohohohohoho! Hast Du zugeguckt zufällig, Henning? und ich bin seit ich bin was ein paar sachen gesehen ja oder oben auf dem Balkon der Kapitänische Säden also das was ich ja wo ich reingeguckt habe war in dem Moment wo er gelegt wurde ich gehe mit einer fucking Springfield raus genau so scheiße die LeBelle war die war abgefahren das gibt es doch gar nicht ich hab irgendwie bisschen hektisch F gedrückt weil ich war ja auch in Eile mann ich da kann ich nicht klar denken oder bin nicht bin nicht ruhig f f f f f zack LeBelle weg guck auf dem Boden wo ist die LeBelle hin uch Menno das gibt es ja wohl nicht hattest du den wie oft hattest du den getroffen bevor ich den gelegt habe hier in den letzten ähm ein mal mit oder wenn ich sag 2 mal ich hab mit 10 untergelegt neun auf unserem Level 1 und runter und 1500 300 mhm 1500 und 1 linksfield kompakt freigeschaltet danke für nichts ich muss ein paar zurück kaufen aber hey ihr müsst das so sehen ihr könnt das jetzt so machen wie ihr das wollt genau so hab ich es mir gemacht hat ja auch was gemacht groß klein groß klein wie kann man das beeinflussen ach hör dich ihr Wichser du musst ja nicht auf den Knopf drücken wo steht äh wo dieser große Balken ist du kannst ja auch die kleinen einfach nehmen und dann machst du eben 4 kleine ich mach eigentlich immer 4 kleine auch wenn ich weiß dass das nicht immer klug ist ok ich sag ich gleich mal aber wenn du vom Dach fällst ist meistens ein kleiner direkt weg ja jetzt hol ich mir erstmal geier ich hab viel gemacht jetzt gehts eh nur bergab ach dann hat der John hier echt nur rumgelegen oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein was ich hab viel gemacht jetzt gehts eh nur bergab die Runden kenn ich eh das ist eh also ich hab schon getroffen auch teilweise aber hast du ne unterstützte Töte und hast du mal geguckt äh ich hab noch Ladeskling gerade achso ja du bist dann noch nicht wieder zurück oh boah ich hab 13.800 ich hab jetzt wieder 6000 ist ordentlich für meine Broke-Ass-Motherfucker-Verhältnisse gehört gut bitte 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 bitte